Liebe Borussia Mönchengladbach-Fans, lassen Sie uns über die Reaktion unseres Trainers Gerardo Seohane nach dem Spiel gegen Darmstadt sprechen. Seohane versteckte seine Unzufriedenheit nicht, als er nach dem Spiel am Sonntag auf der Pressekonferenz sprach. Während sein Vorgänger, Daniel Farke, in solchen Situationen oft ruhig blieb, machte Seohane deutlich, dass er mit der Leistung des Teams, besonders in der ersten Halbzeit, nicht zufrieden war. Auf die Frage, ob Florian Neuhaus-Alassane Pli im nächsten Spiel gegen Leipzig ersetzen könnte, antwortete Seohane geheimnisvoll und sagte, dass Selbstreflexionsübungen für den Trainer immer gut seien. Er möchte sehen, wer im Training herausragt. Es wurde deutlich, dass alle Spieler nach dem Spiel gegen Darmstadt unter Beobachtung stehen, und Seohane erwartet eine positive Reaktion von ihnen in der kommenden Trainingswoche. Die Reaktionen des Trainers wurden von vielen Borussia-Fans positiv aufgenommen, die seine klaren Aussagen und seine direkte Herangehensweise lobten. Jetzt, mit vier Trainingseinheiten vor dem nächsten Spiel gegen RB Leipzig, ist es offener denn je, wer in der Startaufstellung stehen wird. Eines ist sicher, Seohane ist entschlossen, eine Woche intensiven und fokussierten Trainings im Borussia-Park sicherzustellen. Und nun, Fans, wie seht ihr Seohanes Herangehensweise und wie schätzt ihr das nächste Spiel gegen Leipzig ein? Bis zum nächsten Mal.